Hallo und herzlich willkommen zu Lee sind's bei dem Nachrichtenportal ihres Vertrauens. Corinna Schumacher, sie hat ihr neues Glück in den USA gefunden. Acht Jahre nach Schumis Skiunfall kann seine Frau wieder strahlen. Endlich fühlt sie sich angekommen. Auf ihrer CS Ranch züchtet und trainiert Corinna Schumacher zusammen mit ihrer Tochter Gina Maria in aller Ruhe Luxuspferde und wirkt dabei so unbeschwert wie lange nicht. Corinna ist endlich wieder glücklich. Rund acht Jahre liegt der tragische Unfall von Formel 1, Legende Michael Schumacher nun zurück. Auf dem Familienanwesen La Reserve am Genfer sie wird Schumi streng abgeschirmt und betreut. Bis vor kurzem hatten auch Corinna und Gina dort in der Nähe einen eigenen Pferdehof. Doch ihre Bekanntheit machte es ihnen schwer, ein ruhiges Leben zu führen. Das ist in den USA anders. Hier werden die beiden deshalb auch immer öfter auf ihrer Ranch gesichtet, können ungestört ihrer Leidenschaft nachgehen. Der riesige Hof bietet auf rund 162 Hektar Gelände etwa 40 Ställe, ein Pferdespar mit Therapiebecken und diverse Reitplätze. Immer mit von der Partie, Ginas Freund, Springreiter Ian Naismith Besky, 26, den sie vor etwa fünf Jahren bei einem Turnier kennenlernte und der mittlerweile fest zur Familie gehört. Untertitelung des ZDF, die wir einstürzt, die wir schon auf jeden Fall haben, gab es mir ظ fast zumancaem Druck zu haben. Der